Karel Jakob Hirsch, in seinem Buch »Quintessenz meines Lebens« beschreibt er auf erschütternde Weise die Machtergreifung und die Rolle, welche Intellektuelle dabei spielten. Damals begann für den geistigen Menschen in Deutschland eine Zeit, die nur zwei Auswege bot, das Ghetto oder die Auswanderung. Es war immer schwer, den Menschen außerhalb Deutschlands zu zeigen, dass unsere Unentschiedenheit keine Feigheit war. Wir führten unser Leben in einer Weise weiter, die so unauffällig wie möglich war. Damals begann die große Maskerade, die wir dazu benutzten, uns so neutral und harmlos wie möglich zu gebärden. Es war komisch, aber es geschah doch, dass der oder jener, der nicht aus rassischen Gründen verfemt war, zu mir sagte, »Sie haben es eigentlich gut.« Es war eine merkwürdige Äußerung, die ich heute fast besser verstehe als damals. Die Schattenexistenz eines fortschrittlichen Schriftstellers begann immer mehr ins Groteske, sich zu verzerren. Ich erinnere mich noch, dass eines Tages ein Schriftsteller zu mir kam und mich fragte, »Sie können doch für die Reichsschriftungskammer arbeiten. Ich würde es mit meinem Namen zeichnen.« So sprach dieser merkwürdige Herr zu mir, der sowohl Parteimitglied war, als auch irgendeine Stellung bei dieser Organisation hatte. Ich lachte nur. Der Mann begriff mich nicht. Er meinte, es ist für sie keine Gefahr dabei. »Ich arbeite nicht für Nazis«, sagte ich mit freundlichem Gesicht. So war die Situation. So und nicht anders. Man brauchte eigentlich diejenigen, denen man das Schreiben verboten hatte. Man rechnete mit ihrer Bereitwilligkeit und hatte ein wenig das Gefühl, einem Ertrinkenden einen Strick zuzuwerfen. Nein, es war kein Mitleid der Nazis. Es war etwas ganz anderes. Es zeigte ganz klar, dass all die Phrasen vom Deutschtum und Rasse noch nicht einmal von den Nazis selbst ernst genommen wurden. Es ist keine Entschuldigung. Es zeigt nur die Erbärmlichkeit dieser Maulhelden, denen das deutsche Volk auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war. Damals ereignete sich im äußerlichen Sinn wenig. Die Aufrüstung der Nazis für einen künftigen Krieg war schon längst im Gange. Ich hörte in meinem Hause in Zehlendorf Tag und Nacht das Geräusch von Flugzeugmotoren über meinem Kopf. Niemand wollte es wahrhaben. Es war wohl die klare und entschiedene Haltung der deutschen Sozialdemokratie, dass sie in den Wahlplakaten für die Märzwahl 1933 den einen Satz sagte. »Hitler bedeutet Krieg«. Als ein Jurist, der früher einmal Vorsitzender des Republikanischen Richterbundes gewesen war, mir auf der Straße sagte, »Innenpolitisch bin ich ein geschworener Feind der Nazis, aber die außenpolitische Haltung Hitlers finde ich richtig«, da wußte ich, dass Deutschland vollkommen verloren sei. Die Indolenz der deutschen Gebildeten, die politische Gleichgültigkeit der besseren Stände, die sind es, die den verbrecherischen Anschlag des Nationalsozialismus gegen die ganze Welt gefördert haben.